Giesinger Bergfest, Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Episode 8 des Löwenstammtisches. Wir begrüßen euch ganz herzlich in unserer Mitte, in unserer Runde, hier an unserem Stammtisch. Es gibt wieder sehr, sehr viel zu besprechen aus dem Löwenkosmos. Viele, viele Themen. Wir müssen zurückgucken, wir müssen vorausgucken und wenn wir vorausgucken, brauchen wir Hilfe. Deswegen sind wir heute zu viert. Deswegen begrüße ich erst mal ganz herzlich das Podcast-Inventar. Anja und Alex, grüß euch. Servus, Flo. Und nachdem wir heute ja auch den Blick voraus wagen, zurück voraus, einen kompletten Rundumblick. Wir reden heute nicht nur über The Rise of the Lions, sondern wir reden auch mit The Rise of the Betzenberg. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den dpa-Reporter, der regelmäßig über den 1. FC Kaiserslautern spricht, schreibt, berichtet und eingetaucht ist in die Betzenberg-World, nämlich Florian Reis. Herzlich willkommen bei der Wiesinger Bergfest. Hallo in die Runde, danke für die Einladung. Freut uns sehr und wie ihr alle wisst, der nächste Gegner des TSV 1860 München ist der 1. FC Kaiserslautern. Und das ist ein ganz besonderes Spiel, denn wie ihr alle wisst, es gibt eine spezielle Verbindung zwischen den Löwen und den Teufeln. Da gehen wir aber nachher nochmal ganz intensiv darauf ein. Zuerst wollen wir gemeinsam zurückblicken auf den vergangenen Spieltag der dritten Liga und beinahe wäre das schon wieder ein Spieltag gewesen, der blauer nicht hätte sein können. Zwischenzeitlich war unser Puls so hoch, den hast du auch nicht mehr runtergebracht, denn die Zwischentabelle sah so aus, dass der Löwe plötzlich von Platz 2 grüßte. Und Alex, da verrate ich jetzt einfach mal einen kleinen Insider, in der WhatsApp-Gruppe kam dann irgendwann die Mail, ich halte es nicht aus und ich glaube, dass der Alex kurzzeitig den Stream ausgemacht hat. Ne, das nicht. Soweit habe ich mich dann doch nicht durchringen können, aber es gibt ja so Siege, da freut man sich, da springt man auf, da schreit man rum. Aber als am Samstag das 2 zu 0 gefallen ist, bin ich mehr oder weniger in mich zusammengesackt, kann man sagen. Es war mehr Erleichterung als Freude. Es war wirklich ein Spieler auf Messerschneide und irgendwie hat man immer so das Gefühl gehabt, zumindest war es bei mir so, dass man eher am Ausgleich dran ist als am 2 zu 0. Gott sei Dank hat es dann am Ende geklappt, aber wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich darüber freuen können, es war mehr die Erleichterung. Und Anja war wieder im WhatsApp-Live-Ticker das bergfestes Live-Ticker dabei. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, aber im Grunde ist es ja auch wirklich sinnvoller, wenn ich die Spiele nicht 90 Minuten live schaue, weil dann gewinnt der Löwe immer. Weil immer, wenn ich zuschau, fällt es gegen Tor, dummerweise. Außer gegen Türkei-München, da ist es nicht gefallen, Gott sei Dank. Aber man ist ja bestens informiert in unserer WhatsApp-Gruppe, aber es ist jetzt nicht so, also ich habe trotzdem, ich habe den Berg hoch gehechelt und war quasi auch nervlich am Ende. Das war quasi gleichgesetzt damit und ich konnte ja alles hautnah mitverfolgen, wie ihr da gelitten habt. Ich habe ja mitgelitten, dann, weil das ist immer so wie, als wäre ich in eurer Mitte, wenn ihr da in der WhatsApp-Gruppe so hin und her deichselt. Du hast quasi dein persönliches Bergfest gefeiert am Samstag. Ja, mein Bergfest. Und der erste Wortwitz des Tages ist raus. Sehr schön. Alex muss ja auch einsteigen, gar kein Thema. Es geht wieder die Kopperei um das Zitat der Woche los, oder? Ja, mit Sicherheit. Da kommt noch einiges heute. Ich muss sagen, auch für mich war es die Bestätigung dessen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, die Löwen brauchen einen Ball, deren Sponsor, weil nervlich gehst du einfach irgendwann in die Knie. Vor allem fies, nach 20 Minuten fällt das erste Tor und du siehst es nicht, weil in Mannheim Stromausfall geherrscht hat. Das war dann auch etwas skurril, aber gut, Ritchie Neudecker, den wir ja über den grünen Klee schon gelobt haben, macht das frühe 1-0. Dann hat es lange, lange gedauert, bis in die Nachspielzeit hinein, bis dann Dennis Dressel das 2-0 gemacht hat. Wir haben schon gesagt, zwischendrin, die Ergebnisse sahen mal ganz gut aus. Am Ende gab es dann doch zwei Siege für die direkte Konkurrenz. Ja, unberechtigter Freistoß führt zum Siegtreffer für Rostock und ein unberechtigter Handelfmeter führt zum Siegelfmeter für Ingolstadt. Lassen wir uns mal dahingestellt. Wobei man da sagen muss, dass Ingolstadt einen anderen Elfmeter hätte bekommen müssen in der ersten Halbzeit. Von dem her kann man sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt komme ich wieder mit meinen Floskeln. Wenn der Schiri das pfeift, dann ist es so, da rege ich mich nicht drüber auf. Also sobald ich im Trikot selber stecke, rege ich mich sehr herrlich darüber auf. Aber so von außen betrachtet bin ich da ja relativ nüchtern. Leute, es haben alle die letzten Spieltage immer für uns gespielt. Und wir auch. Das gab es so oft noch nie in einer Reihenfolge. Und jetzt ist es halt mal nicht, dass alle für uns gespielt haben. Aber wir haben trotzdem abgeliefert. Und das ist am Ende entscheidend. Und deswegen habe ich jetzt langsam, wie ihr zwei auch, die blassblaue Brille auf. Das ist gut zu wissen. Nein, es ist immer noch Wahnsinn, was da in den letzten Wochen abgegangen ist. Es gab noch ein Ergebnis, das hinten draufgekommen ist, auf das wahrscheinlich auch Kasselslautern ein bisschen geguckt hat. Das war das 3 zu 0 von Duisburg in Wiesbaden. Das ist aus lauterer Sicht wahrscheinlich nicht so schön, dass da Duisburg die drei Punkte mitgenommen hat. Aus Löwensicht nicht so verkehrt, weil dadurch ist der Platz 4 wieder ein bisschen noch sicherer in Sachen DFB-Pokal. Der ominöse Platz 4. Ja, und Kasselslautern hat aber seinerseits sich Luft verschaffen können mit einem 3 zu 2 gegen Unterhaching. Trotzdem floh vielleicht da ein erster Ausflug in Richtung Betzenberg. Luft verschaffen ja, aber durchatmen noch lange nicht. Nee, das Gefühl war schon so ein bisschen durchatmen, klar, weil es als erstes Mal, dass der FC Kites vom Abstiegsplatz runter ist seit Ende März. Und wenn man da mal auf die Tabelle geschaut hat vor der Länderspielpause mit 7 Punkten Rückstand und jetzt ist man auf dem Nichtabstiegsplatz. Ich glaube, da hätten nur die kühnsten Optimisten dran geglaubt, dass das vier Tage vor Schluss passieren könnte. Und man jetzt faktisch alles wieder in der eigenen Hand hat. Ja, da unten geht es auch immens eng zu. Bis auf Haching und Lübeck, sage ich es mal. Also Haching müssen wir wohl so übel in Richtung Regionalliga Bayern verabschieden. Der ein oder andere Löwenfender mag darüber grinsen. Wir tun es jetzt eher nicht, weil das, ja, wir kennen natürlich ein paar Leute aus Haching auch. Und da wird grundsätzlich eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Lübeck ist im Grunde auch so gut wie weg. Aber dann wird es richtig eng. Dann ist es ein Kampf zwischen Bayern 2, Uerdingen, Meppen, Kaiserslautern. Ja, Waldhof und Duisburg, das ist jetzt so die Frage. Rechnerisch können sie noch unten reinrutschen? Ja, ich sage mal, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Flo, Duisburg hat den Löwenfans nicht so gefallen, das Ergebnis. Oder wie viel mir hat gefallen. Ich würde fast sagen, wenn noch eine Mannschaft unten reinrutscht, könnte es vielleicht eher Waldhof Mannheim sein als MSV Duisburg. Weil wenn man mal die Vorrenkurve anschaut von Duisburg oder auch Magdeburg, gehört ja auch dazu. Muss man halt sagen, eigentlich dürften die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Duisburg hat ja auch noch ein Nachholspiel am Mittwoch. Deswegen, wenn noch eine Mannschaft da dazukommt zu diesem Viererfeld, dann ist es wohl eher Waldhof Mannheim. Ja, das ist eigentlich auch bitter. Die haben eigentlich letztes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle, lange Zeit gespielt in der Liga. Auch in dieser Saison hatte man eigentlich so das Gefühl, die pendeln halt im Mittelfeld relativ stabil. Aber die letzten Wochen? Ja, die haben halt gegen uns verloren Anfang Februar. Und vorher waren die ja relativ, relative Zeit ungeschlagen und auch mit guten Ergebnissen. Und dann war es irgendwie so eine überraschende Niederlage. Und alles, was ich auch so von Kollegen aus Mannheim höre, da geht halt immer mal so ein bisschen, oh, die könnten noch absteigen. Und ja, ich meine, der Vorsprung ist jetzt halt nicht mehr so groß, muss man echt sagen. Und die Ergebnisse sprechen halt jetzt eher für Duisburg und Magdeburg und vielleicht auch eher für Kaiserslautern wie jetzt für Waldhof Stand heute. Aber das kann sich natürlich auch in zwei Wochen wieder ändern. Das weiß man ja nie so genau. Genau, Stand heute ist es auch so, dass Oerdingen und Duisburg einfach auch noch ein Spiel weniger haben dort unten im Keller. Also noch ist die Tabelle so ein bisschen verfälscht. Nochmal zur Erinnerung, liebe Hörer und liebe Löwengemeinde. Wir zeichnen am Dienstagabend auf. Also da sind die Nachholspiele noch nicht absolviert. Ja, ansonsten, wenn wir nochmal Richtung Mannheim blicken, Kaiserslautern und Mannheim, das ist ja auch, nennen wir es mal, eine spezielle Beziehung. Eine anderweitig spezielle Beziehung. Mögen sich nicht so ganz, sagen wir mal so, ja. Keine Fan-Friendschrift. Ja, und ich sage mal so, wenn da in Mannheim vor Zuschauern gespielt worden wäre, dann wäre durchaus der ein oder andere Lautra-Fan wahrscheinlich. Hätte sich den Freundschaftsschall mit dem Löwen umgeschnallt und hätte dort mit supportet. Das wäre auch nicht das erste Mal gewesen. Aber dann wäre da ziemlich Zinnova im Benz-Stadion gewesen. Ich glaube, da können wir sicher sein. Wir wollten auch ganz kurz nochmal auf die Löwen-Elf gucken. Da ist nämlich jemand zurückgekommen in die Start-Formation, der lange Zeit jetzt auch unglücklicherweise ein bisschen gefehlt hat. Und Anja symbolisiert es schon mit einem Glas Wein. Der gute Vino war wieder in der Start-Elf. Ich habe mir gedacht, heute alles für Daniel. Heute alles für Daniel. Ja, Daniel Wein. Ich finde, lange Zeit war er immer Stammspieler. Also für mich, wir haben es ja schon mal gesagt, für mich der Sami Khedira des TSV 1860, der, der kaum auffällt, der Stabilisator, aber wenn er fehlt, dann ist es wackelig. Sein Pech in Anführungszeichen war, dass nach seinem Ausfall Dennis Dressel die Arbeit wirklich gut gemacht hat. Und dann, warum, ja, sind wir wieder beim Thema, never change a winning team. Das war nicht unbedingt notwendig, dort was zu machen. Jetzt ist Daniel Wein wieder in der Start-Elf gewesen und ich finde, für so eine lange Pause und für in den letzten Wochen nur ein paar Kurzeinsätze war das mehr als solide. Richtig gut, ja. Wir haben es ja auch in unserer Instagram-Kurzanalyse geschrieben, Daniel Wein für uns, der Spieler des Spiels, weil er einfach eben in seinem Comeback nach, ich glaube, wie lange ist es jetzt ausgefallen, vier Wochen oder so, war er weg oder war er nur Auswechselspieler. Und für das war er wirklich extrem stabil und hat da, ja, Flo, wie du schon sagst, einfach unauffällig die Fäden gezogen im defensiven Mittelfeld. Also da müssen wir mal sagen, wirklich Hut ab. Und ja, bei Michael Kölner, da wächst der Bart weiter und weiter. Von mir aus hat er irgendwann einen Bart wie einen Weihnachtsmann, wenn es denn hilft. Anscheinend hilft es momentan. Wir machen einen kleinen Einschub mit dem Faktenflow. Ich wollte heute mal so ein bisschen mit den Zahlen jonglieren und die sind einfach, einfach ein bisschen gute Laune verbreiten. Also in der Hinrunde hatten die Löwen einen Schnitt von 1,74 Punkte pro Spiel. Jetzt ist er bei 1,87. Die Löwen haben zusammen mit Dresden die beste Abwehr der Liga. Wir haben die wenigsten Niederlagen zusammen mit Rostock und Ingolstadt zusammen. Wir haben den zweitbesten Angriff hinter dem SC Verl. Und mit Abstand das beste Torverhältnis, einfach mal 11 plus 11 mehr als das zweitbeste Torverhältnis in dieser Liga. Das sind Zahlen, von denen konnte der Löwenkosmos Jahrzehnte nur träumen. Und wir sind das beste Auswärtsziel der Liga. Das war in den letzten Jahren auch so ein Manko, dass man auswärts zu wenig Punkte gewollt hat. Und an dem liegt es heuer dann sicher nicht, wenn es möglicherweise vielleicht nicht klappt. Aber wollen wir den Teufel, den roten Teufel mal nicht an die Wand malen. Ich sehe schon, das wird eine lustige Runde und ich mache mein Bier jetzt erst auf. Ach Gott. Was, meine halbe Flasche Wein für Daniel Wein ist schon weg. Da siehst du mal, wie schnell das geht. Prost in die Runde an diesem Stammtisch, das muss auch mal sein. Prost. Ich verdünne übrigens mit Wasser, falls ihr alle denken, ich bin ein Säufer. Ich würde gerne noch mal kurz über Michael Kölner reden und zwar über seinen Jubel nach dem 2 zu 0. Das war ja fast schon putzig, wie er da in der Luft gestanden ist und immer wieder nach oben gesprungen und dann gen Himmel gezeigt hat mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Dazu der Rauschebaut, den er mittlerweile trägt. Das war ein schönes Bild. Irgendwie so ein bisschen wie der Almöl, wenn er sich freut, dass Heidi mal wieder zu Besuch kommt. Das war ein unschuldiger Jubel. Das war einfach so eine kindliche Freude. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das wäre ungefähr so, wenn man uns wieder ganz normal ein Stadion lassen würde mit einem Stadion. Aber ich möchte jetzt kein Salz in irgendwelche Wunden streuen. Bitte nicht. Wir müssen tatsächlich auf ein anderes Ergebnis noch ganz kurz eingehen. Denn das hat plötzlich Auswirkungen gehabt, die wir vor zwei Wochen nicht erahnt haben. Denn da spielt Dynamo Dresden, das sich immer noch so ein bisschen durch die Liga mittlerweile kriselt, verliert zu Hause gegen den Halleschen FC, entlässt Chefdrainer Markus Kautzynski und plötzlich ist jemand da, der vor zwei Wochen noch am Mikrofon des Giesinger Bergfest saß. Und das ist Alex Schmidt. Oh yeah. Oh yeah, und da kamen jetzt gleich die ersten Verschwörungstheorien auf. Man hätte hier während dem Bergfest etwas gemunkelt abseits des Mikrofons und hätten gesagt, den schleusen wir jetzt bei Dresden ein, damit da oben Platz frei wird. Alex, nein, das war so nicht. Genau so war es. Nein, so war es nicht. Alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber ich sage nur, 60 geht direkt hoch. Genau, und da muss man nochmal nachhaken. Ich sage das auch, meine Rechnung funktioniert so auch. Und die funktioniert ohne Alex Schmidt so. Ja, das ist gut. Aber wir haben ja gesagt, Alex Schmidt hat bei uns gesagt, 60 steigt direkt auf. Also geht unter den ersten beiden Plätzen nach oben. Er sagt das immer noch. Und er sagt, Ingolstadt ist zu stark, als dass sie von den Löwen noch überholt werden könnten. Irgendwas muss er jetzt revidieren, sonst kommt er in Dresden in die Bredouille. Also ich habe mal wieder mein schlaues Telefonbuch gezückt und habe ihm natürlich gratuliert, dass er da jetzt Trainer ist und so. Weil es freut mich natürlich sehr. Und zurück kam eine wunderbare Voice-Nachricht. Heute am Dienstag. Wollt ihr sie hören? Natürlich. Ja, hi Anja. Du, ich bleibe dabei. 60 geht hoch. Mit Dresden halt. Wenn wir beide so hochgehen, das wäre überragend. Dann lassen wir es krachen. Also alles Gute nach München. Gruß aus Dresden. Ich glaube, Ingolstadt geht in seiner Rechnung jetzt nicht mehr direkt hoch. Aber ist mir auch recht. Weil Alex, wenn das stimmt, dann geht der nächste Aperole am Lago di Starnberger See auf mich. Das lassen wir genau so stehen. Und jetzt, meine Lieben, gehen wir Richtung Betzenberg. Und die spezielle Verbindung zwischen 60 München und dem 1. FC Kaiserslautern. Und die geht ja, glaube ich, bis zurück in die 70er, 80er Jahre, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das war, da gab es auch eine, ja, also Basis ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, eine Rettungsaktion gewesen. Oder Flo? Da musst du erzählen. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann mich erst an die frühen 90er Jahre erinnern, als diese Fanfreundschaft aufkam. Da kann ich mit erzählen. Und dann waren ja beide Mannschaften relativ lange, ja, wie soll ich sagen, nicht so oft in derselben Liga. Und ja, reden wir ja später wahrscheinlich schon drüber in den beiden Drittligaspielen, die jetzt noch mit Zuschauern waren. Da hast du halt schon gesehen, was da noch drin ist, was die Fanfreundschaft betrifft. Weil es gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft im bezahlten Fußball, ne? Dass so ein Zusammenhalt da entsteht zwischen zwei verfreundeten Vereinen. Das ist absolut richtig. Nein, also Legenden besagen, dass es um das Aufstiegsspiel des TSV 1860 gegen den FC Homburg im Jahre 1984 ging. Und dort gab es ordentliche Querelen zwischen Homburgern, Hooligans und Löwenfans. Und da haben sich die Lauterer solidarisiert und haben den Löwenfans geholfen. Und natürlich muss man dazu sagen, es gibt den gemeinsamen, in Anführungsstrichen, Feind, den FC Bayern München. Und da ist eine gewisse Verblüderung ja immer zu spüren. Merkt man ja auch heute noch so ein bisschen, es gibt im Löwenlager ja durchaus Sympathien für Borussia Dortmund. Das gibt es ja auch. Also das geht sehr, sehr weit zurück. Aber es hat natürlich so ein bisschen den Höhepunkt dann gehabt, als dann beide Teams ab 1994 in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt haben. Und ich habe da ganz viele Erinnerungen, dass unter dem Zeltdach im Olympiastadion, dass dort gefeiert wurde, wenn die Kaiserslauterer Elf kam. Da hat das ganze Stadion applaudiert. Die Aufstellung des FCK wurde wie die Heimmannschaft in diesem Fall vorgelesen. Es wurde immer betont, in alter Freundschaft begrüßen wir die Gäste von Betzenberg. Das waren Fußballfeste. Ich weiß, es ist eine umgekehrte Geschichte, was du erzählt hast, Flo, aus Kaiserslautern. Genau, aber halt nicht, weil ich dabei war, sondern einfach aus Erzählungen, dass es dort genauso war, am alten Betzenberg, dass die Löwenfans halt da kommen konnten. Und vor dem Spiel wurde halt zusammen Bier getrunken. Und nach dem Spiel, wie es halt immer so ist, ging es halt noch zusammen in die Stadt bis morgens. Und dieses Gefühl, wie gesagt, sprechen wir ja gleich noch drüber, hatte ich halt auch bei meinen zwei Besuchen in München bei den Drittligaspielen, dass es halt genauso war wie früher. Und das waren auch Erlebnisse, die prägen so ein bisschen. Das zeigt auch so ein bisschen den Fangeist, der vielleicht über die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlafen ist, so bundesweit. Es gibt ganz, ganz wenige Fanfreundschaften, die das irgendwie in dieser Intensität, in dieser Art und Weise noch gibt. Dass die berühmteste ist wahrscheinlich die zwischen Nürnberg und Schalke, die wirklich in Anführungszeichen exzessiv gelebt wird mit gemeinsamen Chorios auch. Aber 60 und Lautern, das ist auch schon das, wenn du, es gab ja auch, glaube ich, vor einigen Jahren noch in der zweiten Liga eine Mini-Chorio in der Westkurve des Betzenbergs, wo beide Logos hochgezogen wurden. Das war schon auch etwas Besonderes. Die Tradition verbindet oder sie hieß die damals, glaube ich, oder irgendwie so. Ja, genau. Da war ich sogar. Ja, oh, da war die Anja. Da grinst sie. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch eine Freundschaftsschal zu Hause. Ich auch. Der wurde mir auf der Wiesn von einem Lautern-Fan geschenkt. Ja. Ich weiß immer noch den O-Ton. Nach Lautern, da der ist von Derndl, gell? Weil die sind mit uns befreundet. Sehr gut. Aber wehe, irgendwo anders, da könnte dir was passieren. Ach ja. Was verbindest du denn, Alex, mit Kaiserslautern, wenn man dich jetzt spontan fragen würde, was ich hiermit tue? Ich muss sagen, persönlich am Betzenberg war ich noch nicht. Steht immer noch weit oben auf meiner Liste. Schwerer Fehler, das sagen schon beide. Schwerer Fehler. Ich habe euch was voraus. Schau mal, crazy. Ich muss sagen, die Fanfreundschaft mit Lautern ist natürlich auch in mir drin, aber die wurde ja in den 90er Jahren eben begründet und da war ich noch gerade so auf der Welt, deswegen so ganz verwurzelt ist das bei mir nicht. Aber natürlich habe ich Sympathien zu Lautern auf jeden Fall. Ein sympathischer Verein und ich glaube, von der Philosophie her durchaus ähnlich wie die Löwen und deswegen passt das auch ganz gut zusammen. Ja, man kann ja auch sagen, also das, was momentan einfach das ist, was beide Vereine verbindet, ist der Absturz in die dritte Liga. Der einzige Unterschied ist, 60 hat den Umweg über die Regionalliga Bayern gemacht. Wir haben uns gedacht, komm, geht noch direkt noch viel weiter runter, damit es sich richtig rentiert. Damit du wieder raufgehen kannst erst mal. Das sind dann die kleinen Dinge, die einem dann die Freude bereiten. Nein, aber Lautern, ja, war gestandener Erstligist, da ging es ja auch langsam, aber sicher nach unten mit einem, glaube ich, ein oder zwei Ausreißern nochmal in die Bundesliga hoch und dann, ja, sind sie da gelandet, wo sie jetzt sind. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren. Ich habe eine Doku gesehen im SWR und dort wurde gesagt, dass eigentlich die sensationelle Deutsche Meisterschaft von 1998 der Ursprung dessen ist, was bis heute in Kaiserslautern geschehen ist. Flo, würdest du das genauso unterschreiben? Ja, es war so ein bisschen ein Startpunkt. Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich es erzähle, wenn ich es ein bisschen ausholen soll, wie viel Zeit habt ihr denn heute Abend? Die Nachspielzeit ist ja dehnbar. Ach so, ja, würde ich auch sagen, auf deine Frage zu antworten. Klar, 1998 hat es so ein bisschen, man sagt in Kaiserslautern immer, da hat der Größenwahn so eingesetzt, da war man halt auf der Spur zu sagen, wir können jetzt mit Bayern mithalten. Man hat ja dann auch danach in der Saison gegen Bayern im Viertelfinale der Champions League gespielt. Ja, und da wollten halt einige dann, dass man ständig auf Augenhöhe mit Bayern München ist und mit den ganz guten Vereinen damals, aber vor allem mit Bayern und da halt jedes Jahr um die Meisterschaft spielen kann. Und das ist das eine. Das andere ist halt, Stichwort Größenwahn, dass man dann halt gedacht hat, in Kaiserslautern muss man ein WM-Stadion hinbauen, weil mit Fritz Walter und alles, was da halt dranhängt, man braucht unbedingt die WM. Und das wurde dann halt im Laufe des Stadionausbaus jedes Jahr immer ein bisschen teurer. Dann hat es mal gestockt. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen drüber geredet, wenn man so im leeren Stadion sitzt im Moment bei Geisterspielen, da kann man ja leider Gottes auf die leeren Tribünen schauen. Aber es hat dann halt so ein bisschen gestockt, dass sind dann halt zum Beispiel Teile von der Tribüne runtergefallen oder als es mal windig war, konnte ein Spiel nicht stattfinden. Also dieser ganze Ausbau hat sich halt so verschoben zeitlich und wurde halt auch viel teurer, als er eigentlich kalkuliert war. Ja, und in der Saison ist der FCK dann 2006 halt erst in die zweite Liga gleich abgestiegen. Und ja, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, wisst ihr ja selbst, wie es dann ist. Es nimmt halt dann so seinen Lauf, wenn du halt nicht gleich im ersten Jahr dann wieder hochkommst, im zweiten Jahr dann gegen die dritte Liga gespielt, im letzten Spiel gegen Köln gerettet. Das wird ja wahrscheinlich jeder wissen, was da damals los war auf dem Betzenberg. Und dann, Flo, was du angeschlagen hast, zwei Jahre Bundesliga, aber im zweiten Jahr halt auch sank und klanglos abgestiegen. Und dann hat man halt nochmal versucht, in den ersten beiden Jahren, zweite Liga da mit aller Macht aufzusteigen. Aber für mich, wenn wir nicht so weit zurückgehen, ist für mich so eine Sache 2015, da war der FCK halt, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich meine vier Spieltage vor Schluss auf Platz zwei oder fünf Spieltage vor Schluss und hat dann kein Spiel mehr gewonnen. Und in der Nachbetrachtung hätte halt genau ein Sieg gereicht, um Zweiter zu werden. Und dann wärst du in der Bundesliga gewesen und ab dem Datum Mai 2015 ging es halt immer stetig bergab. Und ihr wisst es ja auch, wie das dann ist im Umfeld. Da ist das Umfeld dann nicht mehr zufrieden mit Platz zehn oder Platz acht in der zweiten Liga. Da will man immer weiter. Und dann ging es halt in den drei Jahren bis 2018 bis auf den letzten Platz der zweiten Liga. Und jetzt nochmal drei Jahre später spielt man halt gegen den Abstieg in die Regionalliga. Da merkt man jetzt relativ viele Parallelen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und Kaiserslautern. Lautern macht so ein bisschen den Löwen, gell? Der Teufel macht den Löwen. Ja, so ein bisschen. Wir haben, das sind so viele Parallelen. Also teures WM-Stadion. Größenwahn. Größenwahn. Nicht zufrieden sein mit etwas Niedrigerem, sondern Glauben plötzlich auf Augenhöhe mit Bayern agieren zu können. We go to the top. Sorry. Ja, we go to the top, ja. Also das ist schon irgendwie auffällig. Also der Löwe und der Teufel gehen da schon so ein bisschen gefühlt Hand in Hand und haben sich jetzt in der dritten Liga wieder getroffen. Mit etwas unterschiedlichen Ausgangspositionen. Denn der Löwe musste zwei Ligen nach unten, kam dann von unten in die dritte Liga und Kaiserslautern kam von oben in die dritte Liga. Und dann hat man sich getroffen und legendär war ja dieses erste Drittligaspiel auf dem Betzenberg. Fast 50.000 Zuschauer. Ein ganz knapper Sieg des 1. FC Kaiserslautern 1 zu 0 damals. Ein Spiel, das brutal auf Augenhöhe gewesen ist. Also das war packender Fußball. Das wurde live in der ARD gezeigt. Und ich glaube, die Einschaltquoten waren Wahnsinn damals für ein Drittligaspiel. Ja, Gänsehaut. Also wenn ich jetzt dran denke, ich kriege halt Gänsehaut. Ich sehe mich dann noch vom Fernseher sitzen. Also wenn ich da an das Spiel denke, das ist mir nämlich auch vorhin in meinen Erzählungen schon eingefallen, muss ich ehrlich sagen, also an diesem brachialen Torjubel, wenn ihr mich fragen würdet, es gab ja wirklich nicht so viele Highlights beim FCK in den letzten drei, vier Jahren. Aber wenn mich jemand fragen würde, was ist so ein Highlighter, würde ich sagen, genau dieses Spiel. Weil da war halt vorm Spiel, da war es relativ warm, da war vorm Spiel, haben wir ja vorhin schon drüber geredet. FCK und 60 haben da zusammen Bier getrunken. Da hattest du, die Polizei, keine Probleme. Ja, es gibt die Rechtflote, ein total ausgeglichenes Spiel. Es hätte auch 60 gewinnen können, da erinnere ich mich heute noch dran. Aber an den brachialen Torjubel, als Jannik Sternberg das 1-0 macht in der 87. Minute, also ja, es war halt schon auch Gänsehaut auf der Tribüne, muss man echt sagen, was da los war. Das war schon Wahnsinn für ein Drittligaspiel. Da hat man halt auch mal wieder gesehen, was beide für Potenzial haben bei der Fangemeinde. Ja, absolut. Das ist ja, und gefühlt waren dann nicht nur Lautern und Löwenfans vom Fernseher gesessen, sondern Halbfußballdeutschland, weil ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das war ja leicht zeitversetzt auch zur 1. Liga oder ich weiß gar nicht, ob an dem Wochenende auch die Bundesliga gestartet hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Fakt ist aber, das lief im Free-TV, die Einschaltquoten waren Wahnsinn, das können nicht nur Lautern und Löwenfans gewesen sein. Da ging es einfach um diesen Namen, das Duell Kaiserslautern gegen 1860 München. Das klingt nach großem alten Fußball. Ja, also müssen wir ja nicht drüber reden. Ja, und dann, 1960 hat er in dieser Saison erstmal auch einigermaßen gut oben mitzocken können. Dann ging es ein bisschen abwärts. Dann ist die Luft ein bisschen raus gewesen. Dann ging es gegen den Abstieg. Und dann hat er jetzt über die letzten ein, zwei Jahre so eine leichte Tendenz eingesetzt, dass die Ausgangslagen von Löwen und Teufeln sich so quasi umgekehrt haben. Und das hat ja gegipfelt in der Insolvenz letztendlich des 1. FC Kaiserslautern im letzten Jahr. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse oder auch gar nicht mal böse gemeint, einfach Verdachtsmomente, die man als jemand, der jetzt in München lebt und sich hauptsächlich mit dem TSV beschäftigt, aus dem Lautern-Kosmos gar nicht so mitbekommt. Und vielleicht können wir da heute gemeinsam mit dir, Flo, so ein bisschen für Aufklärung sorgen. Den Höhepunkt hat natürlich die Verwirrung gehabt, als Tim Rieder 60 verlassen hat und nach Kaiserslautern gegangen ist. Ja, der Leihvertrag bei 60 ist ausgelaufen. 60 wollte ihn, oder zumindest auch der Löwen-Kosmos wollte ihn ganz gerne behalten. Da hat es geheißen, ja, das ist finanziell einfach nicht machbar. Und dann kam plötzlich Kaiserslautern und hat im Hinterkopf, ja, die sind ja eigentlich insolvent. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf den Weg des FCK über die Insolvenz so ein bisschen aufklären. Naja, da muss man, glaube ich, relativ weit im letzten Jahr anfangen. Ich glaube, man muss zuerst mal mit dieser Saga aufräumen einfach, dass der FCK irgendwelche Statuten ausgenutzt hat. Ich glaube, da muss man halt ganz klar sagen, da gibt es halt nur ein Argument dafür, dass halt kein Verein zum Insolvenzgericht gehen kann. Kann sagen, um es jetzt salopp zu formulieren, schau mal, hier sind unsere Unterlagen. Und das Insolvenzgericht sagt, ja, Kurt, ihr kriegt ja keine 9 Punkte Abzug, dann machen wir jetzt mal ein Insolvenzverfahren. Weil ich kann nur berichten, und da würde ich wahrscheinlich auch von vielen Fans aus dem Herzen sprechen und auch vielen meiner Kollegen, Journalistenkollegen, die das begleitet haben. So was ist halt wirklich kein Spaß. Und ich wünsche das auch keinem Verein, dass er das durchmachen muss. Weil, ich weiß halt auch, aus dem Verein, das sind sehr, sehr harte Verhandlungen, die sich über Wochen und Monate ziehen. Wo es halt auch wirklich, ich würde jetzt mal fast sagen, ein bisschen unter der Gürtellinie zugeht oder ein bisschen dreckig zugeht. Wenn man halt mit Geldgebern verhandelt, die halt ihr Geld nicht verlieren wollen. Das betrifft ja auch den einfachen Dauerkartenkunden, der hat ja auch Geld verloren. Also zuerst mal damit aufzuräumen, dass keiner zum Insolvenzgericht gegangen ist und hat gesagt, hier, mach mal jetzt und dann sind wir schuldenfrei. Ja, was diese Spielerverpflichtung dann im Sommer betraf, ich kann mich da noch ganz gut erinnern. Ich war im Trainingslager in Herxheim-Heiner, da war die FCK-Mannschaft. Damals war noch Boris Schommers und Boris Notson in der Verantwortung. Das ist ja auch schon fast, könnte ja aus dem anderen Jahrzehnt sein, was die Saison betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war Tim Rieder die ersten zwei Tage da im Training. Und der war dann auch gleich bei uns am Tisch und wir haben dann ein bisschen mit ihm geredet. Da ging es jetzt mehr oder weniger, ging es jetzt nicht darum, ob 60 mehr bezahlen kann als der FCK oder der FCK mehr Geld bezahlen kann. Das hat er natürlich nicht verraten. Aber ja, vielleicht nochmal mit einer Sage aufzuräumen, was ja auch in Drittliga-Umfeld so kam. Warum können die denn so einkaufen? Wurde mir so erklärt und es ist auch so, dass halt jeder Transfer mit der Gläubigerversammlung halt abgesprochen werden muss. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was Tim Rieder an Gehalt verdient. Ich weiß bloß, um es jetzt mal so zu sagen, da wo die Mannschaft steht in der Tabelle, ist für die Gehaltsstruktur, die sie entscheidend haben, natürlich viel zu schlecht. Aber da ist der FCK auch ein bisschen selbst dran schuld, weil er halt nicht richtig aufgeklärt hat in so einem komplexen Thema, was eine Insolvenz betrifft. Weil ich finde halt einfach, du musst halt, wenn du in eine Pressekonferenz gehst und sagst, du hast es jetzt beim Amtsgericht eingereicht, da musst du halt genau so Sachen, was ich eben gesagt habe, ausräumen, dass man halt nicht einfach hingehen kann, kann sagen, bügel jetzt mal bitte die 20 Millionen Schulden ab und danach können wir einkaufen gehen. Und so ein Gefühl hatte der FCK ja in der Öffentlichkeit, dass er jetzt der größte Betrügerverein ist der Dritten Liga. Und es stimmt halt einfach nicht. Also wie gesagt, ich sage es nochmal. Ich wünsche es niemandem, ich war auch damals auf dieser Gläubigerversammlung im Fritz-Walter-Stadion, als einer von, weiß ich nicht, wie viele Leute da waren, 50. Es ist halt wirklich nicht witzig, ja. Sehr viele Leute verlieren halt ihr Geld und du machst es halt nicht. Du kannst es auch gar nicht machen, um zu sagen, ja, ist uns doch egal, ob die jetzt ihr Geld verlieren. Wenn man mal überlegt, was der FCK in den letzten drei, vier Jahren sich an Fremdkapital geholt hat von Banken, von Quadrex. Ich meine, diese Firma ist ja berühmt im Fußballgeschäft für ihre, soll ich jetzt sagen, für ihre Geschäftsgebaren. Und auch Anleihen von Fans. Und die letzte Anleihe war halt erst eineinhalb Jahre zurück. Und da wurde halt den Fans erzählt, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir eine Lizenz und das Geld war dann halt weg. Dass da jemand sauer ist, ist mir vollkommen klar. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, oder ich weiß, ich weiß sogar, ich glaube nicht nur, ich weiß sogar, dass das keiner absichtlich macht. Und ich kann auch nur sagen, und natürlich wird im Fußballgeschäft viel geschauspielert, aber mir ist so ein bisschen eine Szene im Kopf geblieben, als diese Gläubigerversammlung vorbei war, Ende Oktober, hatten wir die Möglichkeit, danach noch mit der Geschäftsführung zu reden. Damals war ja der Sirin Oliver Vogt noch alleine. Und man sagt ja, im Fußballgeschäft ist, man ist relativ tough, so was das betrifft. Ja, man lässt keine Emotionen vor irgendwelchen Leuten raus. Aber er hat halt an dem Tag hinten gekauert, würde ich schon fast sagen, und hat angefangen zu heulen. Also dann sieht man schon, was das für ein Druck ist auf so einen Mann, der dann halt an dem Tag abfällt, wenn es dann durchgeht. Jetzt ist es so, dass Kaiserslautern trotz, also diese Insolvenz ist eine harte Geschichte gewesen. Wichtig aber ist, dass es den FCK immer noch gibt. Man muss immer überlegen, ich glaube, Kaiserslautern ist im Normalfall leergefegt, wenn der FCK spielt. Also da kannst du wahrscheinlich die Stecknadel auf der Straße fallen hören, weil entweder sind alle im Stadion oder der Rest sitzt vorm Fernseher und guckt sich die Spiele an. Da schlägt ja das Herz der Pfalz. Das ist jetzt dieser Slogan, glaube ich, aber das ist ja einfach auch so. Also das war für viele Menschen einfach wichtig, dass es den Verein auch weiter gibt. Ich sage mal so, man hatte schon auch das Gefühl vor der Saison, naja, Kaiserslautern kann vor allem, kann schon im vorderen Drittel mitspielen. Also um es mal defensiv zu formulieren. Ja auch. Das ging aber dann komplett nach hinten los. Ja auch. Also ich spreche jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, Anja, Alex, wie habt ihr Kaiserslautern vor der Saison gesehen? Ich hatte die vor uns auf der Liste. Ja? Mindestens auf Augenhöhe mit uns. Mindestens. Also ich hatte sie eigentlich vor uns auf der Liste. Wie kam es aus deiner Sicht dazu, Flo, dass es irgendwie so gefühlt, also so dermaßen nach hinten ging? Naja, du hast jetzt, kann man ja ganz leicht, liegt ja ganz leichte Sachen an der Oberfläche. Drei Trainer schon gebraucht. Anfangs hat man mit Boris Schommers die ersten zwei Spiele bestritten und ein DFB-Pokalspiel und dann gesagt so, ja, die taktische Ausrichtung hat nicht gepasst und sowas. Und die waren damit nicht zufrieden in der Vereinsführung, deswegen haben wir gewechselt. Dann hat man mit Chef Sabine einen Trainer geholt, würde ich fast sagen am dritten Spieltag. Natürlich hat keiner vor der Saison so offensiv gesagt, wir wollen unbedingt aufsteigen. Aber da fiel unter anderem das Wort, wir wollen eine Spitzenmannschaft der Liga sein. Und das, was ihr eben gesagt habt, gehe ich komplett mit. Das ist auch so im FCK-Umfeld so gewesen. Da haben sich auch viele von uns hinreißen lassen zu sagen, FCK wird mit der Mannschaft oben mitspielen. Und wenn man mal mit Außenstehenden redet, werdet ihr wahrscheinlich auch so sehen, wenn ihr in den Mannschaftskader guckt. Natürlich jetzt vier Spieltage vor Schluss nicht mehr. Aber wenn man in den Kader guckt, sieht man schon mit Marvin Purié, Marlon Ritter, Kenny Redondo, Daniel Hanslick, der jetzt erst in Form gekommen ist, okay. Aber wenn man die Namen mal schaut, Kevin Kraus, Alexander Winkler von Unterhaching, weiß ich nicht, wen kann man da noch anführen? Nicolas Cesar, das sind ja alles gestandene Drittligaspieler, würde ich fast sagen. Oder Tim Rieder, haben wir vorhin auch drüber geredet. Und ja, da hat ja auch jeder gesagt, wir müssen oben mitspielen, mit dem Kader wird es auch klappen. Aber jetzt hat man halt schon drei Trainer, darauf zurückzukommen und dann nach Boris Schommas Jeff Sabene geholt. Meines Erachtens, auch noch mit der Absicht nach zwei Spieltagen ist ja klar, noch oben mitspielen zu wollen. Aber das hat dann beim Jeff Sabene so ein bisschen den Lauf genommen. Ich kann mich noch ans Hinspiel gegen 60 ganz gut erinnern. Ich weiß nicht, ob wer das gesehen hat, aber da hat man ja damals auf dem Kartoffellacker gespielt, geht auf dem Betzenberg. Und meines Erachtens war es halt so, wenn man auf dem normalen Platz gespielt hätte, hätte 60 zur Halbzeit 5 zu 0 geführt. Also ich kann mich noch erinnern, Kreidinger alleine vorm Tor trifft dann den Ball nicht, weil der Platz so schlecht ist. Würde ich halt sagen, kann es 5 zu 0 zur Halbzeit stehen. Und solche Spiele hattest du bei Jeff Sabene halt sehr, sehr oft, unter anderem jetzt gegen 60, gegen Meppen, gegen Wiesbaden, wo du halt gesagt hast, was ist da denn los? Und dann hat meines Erachtens das FCK halt in der Winterpause sich ein bisschen blenden lassen von 2 zu 0 in Uerdingen und hat dann mit Sabene weitergemacht, wobei man nicht so sagen kann, der Trainer stand dann so zur Disposition, eigentlich gar nicht. Aber es war schon so ein bisschen ein Blendungsergebnis, muss man echt sagen. Also ja, 2 zu 0 gewonnen, diese Unruhe, die dann da ein bisschen aufkam, die ging dann ein bisschen weg. Ja, 2 zu 0 gewonnen vor der Winterpause. Da hat man immer gesagt, Jeff Sabene braucht jetzt mal eine richtige Vorbereitung. Aber das wisst ihr ja selbst, in der Corona-Winterpause ist ja keine Vorbereitung. 7, 8, 10 Tage Training ist ja keine richtige Vorbereitung. Aber auf jeden Fall war das dann halt so. Ja, dann hat man halt in der Winterpause 3 Nachwuchsspieler aussortiert, die eh nie gespielt haben, so ein bisschen als Alibi. Lukas Röser zu Türkgücü München dann ausgeliehen. Und nach 3 Spielen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube nach 3 Spielen in der englischen Woche kriegt man ja dann schon als Begleiter so ein bisschen das Gefühl, ah, wenn man da jetzt nicht viel holt, dann könnte es für die Sabene eng werden. Und normalerweise ist es beim FC Kai immer so, nach einem schlechten Spiel, der Trainer steht dann zur Disposition, wird erstmal 3, 4 Tage überlegt, ah, soll man das jetzt machen, können wir das jetzt machen, ah, überlegen wir mal. Und dann hat man halt an einem Samstag im Januar gegen Wiesbaden so schlecht gespielt, wo ich auch sage, wenn Wiesbaden durchgezogen hätte, hättest du auch 4 Stück bekommen und abends dann gleich reagiert, weil da gab es keinen Spielraum mehr für Jeff Sabene. Da war dann auch wahrscheinlich die Angst vor dem Abstieg so groß, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt nochmal einen Trainerwechsel machen und hat dann mit Marco Hanberg den komplett anderen Typ geholt gegenüber Jeff Sabene, weil jeder, der Jeff Sabene schon mal vor dem Mikrofon gesehen hat, der weiß ja, dass es ein ganz ruhiger Typ ist und sich auch zu nichts hinreißen lässt oder so. Klar, natürlich wurde der Tomo ein bisschen schärfer dann, wenn er gemerkt hat, er kommt jetzt ein bisschen, vielleicht wird er ein bisschen hinterfragt so, aber dass der jetzt unhöflich wäre von seiner Grundart, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das mag man auch nicht falsch verstehen, aber das ist halt so ein kompletter gegenteiliger Typ, der in der Seitenlinie halt, vielleicht ähnlich wie Michael Kölner, halt richtig Feuer gibt. Er hat nicht umsonst schon drei gelbe Karten, eine rote Karte. Das kommt ja nicht von ungefähr so. Und wenn man jetzt mal ein bisschen springt zu dem Spiel in Magdeburg in der Rückrunde, habe ich ja anfangs schon angesprochen, nach der Niederlage halt sechs Punkte, dann durch das Nachholspiel von Uerding die Woche drauf sieben Punkte Rückstand. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass die FCK nochmal die Kurve kriegt, auch nicht mit Marco Antwerpen. Ja, er hat sie dann in dieser Länderspielpause anscheinend schön über den Platz gescheucht. Also die haben, glaube ich, nicht so oft den Ball gesehen. Und da muss die Mannschaft dann irgendwie kapiert haben, okay, jetzt, so können wir nicht weitermachen, weil dann steigen wir wirklich ab. Und hat jetzt die letzten sechs Spiele umgeschlagen, nach der letzten Länderspielpause, halt wirklich auch was läuferisch, kämpferisch, spielerisch betrifft. Wenn man sich manche Tore mal anguckt in Zusammenfassung, halt echt gut abgeliefert, muss man sagen. Und meines Erachtens könnten sie sogar noch drei Punkte mehr haben, wenn sie halt nach Spielzeit könnten. Aber konnten sie halt in zwei Spielen nicht. Wobei andererseits haben sie halt in Lübeck auch Glück gehabt, dass sie nicht nach fünf Minuten mit zehn Mann weiterspielen müssen. Von daher relativiert sich das wahrscheinlich alles so ein bisschen. Aber ja, dieser Aufschwung hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Und habe ich ja anfangs schon gesagt, dass man das jetzt alles in eigener Hand hat, faktisch die letzten vier Spiele. Wenn man viermal gewinnt, das ja auch nicht so einfach wird, klar. Das ist natürlich schon eine Überraschung gegenüber von vier, fünf Wochen, wenn man da zurückdringt. Weil da war die Mannschaft faktisch tot, das muss man so sagen. Ja, und du sagst es, die Form des FCK, die ist wirklich sehr ansprechend. Sechs Spiele in Folge nicht verloren, sich aus eigener Kraft nach oben gearbeitet, jetzt den Klassener halt in der eigenen Hand haben. Das gibt natürlich jetzt eine gewisse Brisanz auch für das Aufeinandertreffen jetzt kommenden Dienstag im Grünwalder Stadion 60 gegen Kaiserslautern. Denn jetzt geht es für beide tatsächlich auch wirklich um was. Also Kaiserslautern ist nicht irgendwie abgeschlagen und ist eigentlich fast schon weg. Nein, das hat Potenzial. Und da kommt natürlich jetzt auch der Gedanke, wie es wäre, wenn da in Giesing Fanfest wäre mit 15.000. Hör doch auf mit sowas jetzt. Hör doch auf mit sowas jetzt. Entschuldigung. Wir sind hier am virtuellen Stammtisch. Am liebsten würden wir dich jetzt nächste Woche persönlich treffen und uns dann einfach in Giesing auf drölf halb treffen und nach dem Spiel nochmal analysieren und dann einen Podcast aufnehmen. Das wäre wahrscheinlich richtig. genial. Nein, aber du hast es ja vorhin schon angedeutet, wenn wir jetzt mal so diesen Gedanken durchspielen, was in Giesing los wäre. Du hast es ja selber erlebt. Vielleicht magst du deine Eindrücke von deinen beiden Gastspielen mit uns nochmal teilen, weil wir haben es ja auch miterlebt. Ja, diese Fantreffen im Giesinger Bräu, die waren halt zweimal das erste Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da völlig ohne Erwartungen hingegangen. Ich dachte mir halt, ja, da werden halt, es kennen sich ja auch viele 60er und viele Laudern-Fans von früher, aus den frühen 90ern, ja, diese Freundschaften haben halt wirklich gehalten von den ganz Alt-Eingesessenen. Da werden sich halt ein paar Leute treffen und ein paar Bier zusammen trinken und sowas. Aber was ich da dann gesehen habe mit Grillstationen und Leute, die halt drin Tische reserviert haben und Schlangen am Bier standen und so. Das hat mich schon fasziniert. Letztes Jahr war es dann nochmal eine Spur. Ich meine, da war ja dann sogar eine offizielle Fanparty angemeldet. Was ich da dann gesehen habe, klar, das hat sich natürlich dann rumgesprochen und klar, jeder FCK-Fan kann mich noch erinnern, das erste Mal im Grünweiler Stadion 2018, ja, weiß ich nicht, ob es jemals so ein knappes Gut gab, wie gerade für den Gästeblock im Grünweiler Stadion. Also da wollte halt jeder hin. Und dann hat sich das natürlich rumgesprochen, dass die Party letztes Jahr ganz gut war. Und da war dann halt wirklich im Giesinger Bräu, konntest du dich halt, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube, die haben mittags 14 Uhr gespielt, konntest du dich halt ab 12.30 Uhr fast gar nicht mehr bewegen. Also Toilettengang oder so war da wirklich nicht mehr drin. Und ja, es hat mich schon fasziniert und das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, diese Verbundenheit von Fußballfans, die es da halt gibt, die findest du halt wirklich nicht mehr so oft, dass Fußballfans ganz normal miteinander feiern und sich auch für einen Nachabpfiff nochmal genau an derselben Stelle verabreden. Ja, es ist halt einfach sehr, sehr selten und es hat mir sehr gut gefallen. Und Flo, was du eben gesagt hast, schade, dass es am nächsten Dienstag leider nicht zustande kommt, ganz klar. Es geht für beide Teams um immens viel, ein richtungsweisendes Spiel und wir wollen gleich mal einen kleinen Blick auf den nächsten Spieltag werfen, denn das ist ja nicht nur das Duell zwischen 60 und Kaiserslautern. Blick auf die Schlussphase der Partie gibt es ja da durchaus das ein oder andere Spiel, das auch nicht uninteressant ist. Und aus Löwensicht sticht da eins hervor, das parallel stattfindet zum Spiel 60 gegen Kaiserslautern, nämlich das direkte Duell zwischen Rostock und Ingolstadt. Das ist genau das, worauf wir spekulieren. Ich kriege jetzt schon Puls. Ich würde das Spiel gern mit Kai Bülow schauen. Oh ja, der hat auch Puls. Vielleicht brauche ich neue Laufschuhe, dann gehe ich da mal vorbei. Nein, also momentan stand Dienstagabend vor dem ersten Nachholspiel von Dynamo Dresden Rostock 1, Ingolstadt 2, 60-3. Rostock und Ingolstadt nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. 60 kann der lachende Dritte sein. Das ist genau das, was wir, am liebsten wäre uns natürlich ein Unentschieden. Ja, also da geht bei mir auch gerade der Puls hoch, wenn ich dran denke. Am selben Abend übrigens auch noch Dresden in Verl. Dresden hat bis dahin noch die beiden Nachholspiele gegen Duisburg und Uerdingen. Die können wir jetzt, wir können jetzt nicht in die Zukunft gucken. Wäre schön, wenn wir es könnten. Und wenn wir in den Keller blicken, da spielt Duisburg gegen Bayern 2, Lübeck gegen Wiesbaden, Zwickau gegen Meppen, auch nicht uninteressant. Da gibt es sowohl für Löwen als auch Teufel extrem interessante Duelle. Es ist der erste Showdown und parallel werden sowohl die Löwen-Fans als auch die FCK-Fans da regelmäßig den Blick aufs Handy werfen, was da sich so in den anderen Stadien tut. Wir sind halt einfach jetzt auch in der Schlussphase der Liga angekommen. Werfen wir mal vielleicht als erstes einen kleinen Blick auf das Restprogramm von Lautern. Nach dem Auswärtsspiel bei 60 kommt zu Hause Uerdingen, dann geht es zur Viktoria aus Köln und das letzte Spiel ist zu Hause der SC Verl. Das liest sich jetzt eigentlich nicht so schlecht als Restprogramm, oder? Ja, hättest du mich das vor sechs Wochen gefragt mit einem einzigen Heimsieg, hätte ich gesagt, oh, Mist. Aber der FCK hat sich ja zu Hause jetzt gefangen und ich habe natürlich rechnet mal immer so ein bisschen hoch. Ich würde fast sagen, 44 Punkte, sprich noch zwei Heimsiege, das könnte reichen, für die Klasse zu halten. Und ja, bei 60 am Dienstag, wenn der FCK da, muss ich fast sagen, wieder erwartenden Punkt mitnehmen würde, wäre das natürlich ein faktischer Bonuspunkt, ähnlich wie der Sieg gegen Saarbrücken vor zwei Wochen. Das sind ja auch gegen eine Mannschaft von oben, nicht nur der Lokalkorrid, der da halt herrscht, ja, der Push, den du da nochmal kriegst, sondern auch gegen den Tabellenfünften zu gewinnen, das sind natürlich dann Bonuspunkte. Von daher, ja, ich würde sagen, die zwei Heimspiele gewinnen, zumal ja noch ein Spiel gegen Uerdingen kommt, gegen direkten Konkurrenten, und die Saison dann halt bald vorbei ist. Das heißt, die könnten ja vielleicht gar nicht mehr zurückschlagen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es geht trotzdem bis zum Ende, aber ich wäre froh, auch für die vielen FCK-Fans, die dann immer noch mitfiebern, wenn es jetzt keinen Nervenkrimi bis zur letzten Spielminute geben würde, weil das ist wirklich nicht so schön. Und wir bei 60, wir müssen damit rechnen, dass wir diesen Krimi jetzt bekommen. Das ist wirklich nicht witzig. Vor allem mit dem Blick auf den letzten Spieltag. Wir haben es schon so oft angesprochen. 60 muss nach Ingolstadt. Das ist wahrscheinlich der ultimative Showdown. Lasst uns vielleicht da auch mal ganz kurz auf das S-Programm gucken. Aber Flo, Kaiserslautra, Flo, wir können doch einen Pakt schließen, sozusagen einen Pakt mit dem Teufel. Wir gewinnen jetzt das Spiel gegen euch. Und du hast ja gesagt, Hat er ja auch zugegeben schon. Eben, du hast ja gesagt, zwei Heimspiele habt ihr noch, da holt ihr einfach die zwei Siege. Wir gewinnen gegen euch und dann gehen wir nach oben raus und ihr bleibt in der dritten Liga. Ihr könntet ja auch auf der Zielgeraden Ja, darauf sehen wir uns dann in der zweiten. Ihr könntet ja auch auf der Zielgeraden auch noch, Flo wird es ja gleich sagen, gegen Bayern zwei gewinnen. Das wäre ja auch noch ganz gut. Stimmt, das machen wir natürlich im Gegensatz. In meiner Rechnung machen wir das. Das ist kein Problem. Okay, Spiele und wir holen drei Siege und wir gehen als Zweiter hoch. Das ist eine Win-Win-Situation. Das machen wir genau so, würde ich sagen. Ja, ich sage mal so, ich habe die Löwen jetzt nicht so jedes Spiel 90 Minuten verfolgt, aber ich finde, meines Erachtens, ist es schon in der Form, in der sie im Moment drauf sind, die beste Mannschaft der Liga für mich. Wenn man sieht, wie Dresden jetzt halt abstürzt, in Anführungszeichen, Ingolstadt halt gerade mal so gewinnt, Rostock jetzt auch in Meppen, ja, Freistoß hin und daher, aber auch gerade mal so gewinnt, würde ich schon sagen, sind die Löwen einfach im Moment die formstärkste Mannschaft und da, ja, kannst du halt als Abschichtskandidat jetzt im Auswärtsspiel, obwohl es das ja so jetzt nicht mehr richtig gibt, Auswärts- und Heimspiele, eigentlich nichts erwarten und alles, was du mehr mitnimmst, als Niederlage, ist ja ein Erfolg, das muss man halt so sagen. Dann werfen wir mal ganz kurz einen Blick auch noch aufs Restprogramm von den Gegnern der Löwen. Nehmen wir mal Dresden, die spielen jetzt erstmal am Mittwoch zu Hause gegen Duisburg, dann in Uerdingen, das sind die zwei Nachholspiele, wobei in Uerdingen stimmt ja nicht, in Lotte, dann in Verl, dann zu Hause Köln, auswärts Türkgücü und dann das letzte Spiel in Wiesbaden. Rostock, da sieht es voll in der Maßen aus, Ingolstadt, Zwickau, Haching, Lübeck, das liest sich jetzt auf dem Papier mit Ausnahme des Ingolstadt-Spiels vergleichsweise einfach und Ingolstadt, klar, Rostock auswärts, dann Saarbrücken, Duisburg und 60. Das ist richtig schwierig. Ja, das ist richtig haarig und bei 60 ist es, wie gesagt, Kaiserslautern zu Hause, auswärts, Wien, Wiesbaden, zu Hause Bayern 2 und Ingolstadt auswärts. Und in diesem Zusammenhang gehen wir mal ganz kurz, machen wir einen Blick in die Spielordnung der dritten Liga, Paragraf 11. Denn der ist nicht unerheblich für das Saisonfinale, denn viele fragen sich, ja, um Gottes Willen, Bayern 2 könnte ja absteigen. Ja, da schießen doch einfach die Profis einfach ein paar Verstärkungsspieler nach unten, damit das nicht passiert. Wird schon reich, wenn der Musiala spielen dürfte. Tja, der Musiala zum Beispiel. Aber da gibt es eine Regelung und die versuchen wir jetzt mal so zusammenzufassen, dass es jeder versteht. Das ist in diesem Paragrafen Deutsch nämlich gar nicht so einfach. Grundsätzlich heißt es, es gibt eine Sonderregel für die letzten vier Spieltage der dritten Liga. Und zwar dürfen dort nur Spieler aus der ersten Mannschaft abgestellt werden, die in den vier Spielen davor nicht als Stammspieler der ersten Mannschaft gelten. Das Interessante ist, sie gelten nicht als Stammspieler, wenn sie nicht eingesetzt wurden. Also wenn sie eine Minute gespielt haben, gelten sie als Stammpersonal der ersten Mannschaft. Das heißt, es eliminiert sich im Grunde fast jeder Profi für den Einsatz in der zweiten Mannschaft an den letzten vier Spieltagen. Also eine Verfälschung wird es großartig nicht geben. Fiete Abt ist vielleicht... Ja gut, Fiete Abt. Fiete Abt läuft auf. Ja, Fiete Abt, der tut uns so ein bisschen, der tut sogar uns ein bisschen leid. Ich finde die Definition von Stammspieler ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es die vor 10 Jahren oder 15 Jahren auch schon gab, der Jan Schlau drauf war, sozusagen Stammspieler beim FC Bayern. Kann man nach der Definition sagen. Durch jede Einwechslung. Oder Lukas Podolski. Alle, die nur drei Minuten gespielt haben, waren Stammspieler. Das ist schön. Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Stammspieler sind für mich die, die in der Startformation spielen. Ja. Die regelmäßig spielen. Ja. Und über eine weite Strecke des Spiels. Nicht nur in der Nachspielzeit reinkommen. Aber gut. Ja okay, weil was wir festhalten können, es wird nicht eine große Verfälschung geben, dort unten im Keller durch Profi-Einsätze. Das wird nicht passieren. Also es wird relativ viel ablaufen. Nee, aber nicht mal ihre Youngsters können zum Teil helfen, wenn diese Regel das besorgt. Richtig. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wer so in den letzten vier Spielen bei Bayern gespielt hat, da ist ein Dantas raus. Zum Beispiel. Was jetzt nicht unerheblich ist. Lass uns mal gucken. Ich habe ja vorhin mal die... Alleine beim Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin wurden eliminiert als mögliche Spieler. Stanisic, Dantas, Saar, Musiala, Scott, das sind alle Spieler, die tendenziell vielleicht nochmal hätten unten spielen können. Über Musiala müssen wir nicht mehr reden. Der Stammpersonal in der ersten Elf mittlerweile. Aber wie gesagt, das wird nicht passieren. Also in der Hinsicht wird es ein klarer Abstiegskampf. Und wir haben ja schon gesagt, packt mit dem Teufel, die Punkte bleiben in Giesing. Im direkten Duell dafür am vorletzten Spieltag müssen die Löwen und einfach die Bayern abwieseln. Hat ja im Hinspiel schon ganz gut funktioniert. Eben. Das wird schon gut. Ansonsten, wir, Anja hat es vorhin schon gesagt, jetzt hat sogar Anja die blaue Brille auf. Jetzt glaubt auch sie daran, die ansonsten da immer defensiv wird. Ja, soll ich meine Tipps abgeben? Soll ich meine Tipps abgeben? Ja, hau raus. Bevor wir zu Alex Allstars kommen. Lautern, Flo, es tut mir leid, 60 gewinnt gegen Lautern 2-1. 60 spielt unentschieden gegen Wien-Wiesbaden 1-1. 60 schenkt Bayern zwei Tore ein. Die Bayern machen keins. Und am letzten Spieltag hat 60 nochmal richtig Bock und gewinnt 3-1 in Ingolstadt. Boah. Road to the person. Letztes Spiel der Saison, letzter Treffer der Saison, Sascha Mölders. Ja, wer auch sonst? Ist dann Saison unter 26 zur Interpretation. Also jetzt hat er ja mal nicht mehr getroffen, hat es aber nur noch vorbereitet. Das mag ich, das sind Teamplayer. Und dann könnte es sein, dass das nächste Giesinger Bergfest wegen Kopfschmerzen um einen Tag verschoben wird oder so, wenn das wirklich so passiert. Ich glaube, das geht nicht, weil ich habe doch danach Urlaub. Achso, wir müssen also am Dienstag. Freut euch drauf, wenn es so kommt. Das könnte eine sehr interessante Folge werden. Alex, Stichwort Sascha Mölders. Das ist die perfekte Vorlage erstmal für dich, bevor wir zu den Alex Osters kommen, denn wir haben eine ziemlich geile Nachricht. Oh ja, Sascha Mölders, der Fußballgott, hat uns etwas vor die Tür gelegt. Der Weihnachtsmann war da sozusagen. Oder der Osterhase. Oder der Osterhase. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Michael Kölner mit seinem Rauschebart. Wie ihr wisst, hat Sascha Mölders ja einen Shop aufgemacht. Die Wampe von Giesing vertreibt jetzt da Pullover, T-Shirts, Kaffeetassen, was auch immer. Und er hat uns drei T-Shirts zukommen lassen, die wir an euch verlosen dürfen. Blaue T-Shirts, ich weiß das Motiv ehrlich gesagt noch nicht. Die Post war noch nicht da, aber wir wissen, es ist auf dem Weg und spätestens zur nächsten Folge können wir es dann rausschicken. Es sind T-Shirts in Größe M, L und XL, so viel darf ich verraten. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, was müsst ihr dafür tun, um diese T-Shirts zu gewinnen. Das ist jetzt ganz einfach. Ihre Woche gibt es ja den Alex Allstar und wer den Alex Allstar lösen kann, der schreibt es an gissinger-bergfest-at-gmx.de und dann sammeln wir alle richtigen Einsendungen mit Angabe des Namens, bitte. Bitte auch Angabe der T-Shirt-Größe, oder? Wäre auch nicht schlecht, ja, wobei, da müssen wir schauen, wie wir das dann aufteilen. drei XL-Typen haben und einer muss einen M tragen. Ja, da muss einer abnehmen. Aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Also Teilnahmebedingungen auf jeden Fall den Alex Allstar lösen, den Namen dazu schreiben und dann könnt ihr euch schon bald das T-Shirt mit der Wampe von Giesing drauf gehören. Ich mache gleich weiter mit dem Alex Allstar. Ich darf nämlich den letzten auflösen. Das sind, bin ich jetzt ein Paar... Ich ärgere mich, Pfeil. Ich ärgere mich wirklich, dass ich es nicht rausgekriegt habe. Ja, da warst du eine von wenigen, die es nicht rausbekommen haben. Ich habe den Mund relativ voll genommen in der letzten Woche, dass diesmal keiner lösen wird, aber ich bin natürlich wieder eines Besseren belehrt worden und bin jetzt ein paar halbe Bier schuldig beim nächsten Spiel, wenn es irgendwann mal wieder geht mit Fans. Da darf ich im Grünwald ein bisschen einkaufen am Bierstand. Wir müssen vielleicht kurz unseren Kaiserslautern Flo aufklären. Flo, weißt du, dass wir den Alex Allstar jede Woche machen? Ja, ich weiß es, aber ihr könnt mich gerne nochmal aufklären. Also der Alex Allstar läuft so, Alex gibt drei Hinweise und diese lassen Schlussfolgern, welcher ehemalige Löwenspieler das ist. Und Alex denkt immer, seine Tipps sind so unantastbar und dann kommen immer so Typen wie Maximilian Donhauser oder Gilbert Kall, die dann so schreiben, nach einer Minute, ich möchte lösen. Die Folge ist noch nie mal veröffentlicht und die haben schon gelöst. Okay. Und Alex dann in der WhatsApp-Gruppe, Mensch, das kann doch gar nicht sein, das wird sau teuer, jetzt habe ich Bier gesperrt, jetzt habe ich gesagt, ich lasse mir jeden Bier, der kriegt ein Bier, bla 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 bla. Und dann so, und hier kommt rein, oh ja, die Lösung ist das, ach ist voll easy, ach Alex, komm, das kann doch nicht alles sein. Und Alex, wirklich, Alex ist da wirklich mit Herzblut dabei und dann immer so zu uns. Wir müssen ihn mal trösten. Also wir sagen es im Vorfeld immer schon, dass drei, vier ankommen werden und so sagen, Alex, viel zu einfach, aber Alex dann wieder so, also Leute, dieses Mal, er rät wirklich keiner den Alex Olster. Jetzt sind wir eben gespannt, was jetzt passiert. Der Druck ist groß, was nach der Aufzeichnung passiert. Also wir brauchen jetzt einen Biersponsor, weil sonst kannst du Alex nicht mehr zahlen. Das stimmt. Ja. Ich löse jetzt mal auf den letzten. Es war Alexander Ludwig Die Älteren werden sich erinnern. Der Lude, genau. Der, sagen wir mal, eine durchwachsene Zeit gehabt hat bei den Lügen. Ich hätte auch seinen Kontakt. Kannst du nochmal ganz kurz die Hinweise nennen, die dazu geführt haben. Ja, das mache ich hiermit. Erster Hinweis war, er präsentierte sich an der Grünwalder Straße nicht nur sportlich recht bescheiden. Er war jetzt nicht der große Überflieger, als der angekündigt wurde und er fuhr immer mit einem Smart auf dem Trainingsgelände vor. Also er hat sich immer recht bodenständig präsentiert, aber Gerüchte sagen, dass er zu Hause in der Garage auch einen Audi R8 stehen gehabt hat. Also zwar machen wir ein bisschen nur Fassade. Zweiter Hinweis, sein damaliger Trainer bei 60 ist mittlerweile bei dem Verein beschäftigt, von dem der Alex Allstar 1 zu 60 wechselte. Ewald Lienen, FC St. Pauli. Und der dritte Hinweis, den viele ergoogelt haben, was einem Beschiss gleich kommt, würde ich jetzt sagen, aber gut. Nee, weil, stopp, stopp. Wir haben letzte Folge, also Flo, wirklich, du musst es wissen, wir haben ihm gesagt, hast du auf Google Seite 2 aufgeschlagen? Da kommt das mit Sicherheit. Ich bin investigativer Journalist, ich weiß, wie man... Ja, er hat nur Seite 1 aufgeschlagen. Selber schuld, selber schuld, dass es ihm um die Rohren fliegt. Der Hinweis war, Bela B., der von den Ärzten hat mal über ihn gesagt, dass er ein klassischer Legionär sei. Genau. Das hat er damals über Alexander Ludwig gesagt, als er bei St. Pauli war. Und wer 1860 Bela B., klassischer Legionär, eingibt bei Google, findet offenbar auf Seite 2, wie ich gehört habe, den Hinweis dazu. So, Alex. So, und jetzt kommt es drauf an. Es gibt heute was zu gewinnen. Heute gibt es wirklich was zu gewinnen. Ja, genau. Du musst heute liefern. Bitte Flo, ich hoffe, dass du als Kaiserslautern-Experte sofort lösen kannst. Nein. Also, das verspreche ich euch. Nee. Er wird wieder größenwahnsinnig. Das ist halt so bei uns Löwen. Also, aufgepasst. Hinweis Nummer 1. Mein Alex Allstar hatte nie wieder so einen hohen Marktwert als zu seiner Zeit bei 60. Was? Also, er ist einer von wenigen, der seinen Marktwert steigern konnte. Zweiter Hinweis, er spielte unter anderem auch in Katar und in China. Und seine Lieblingsband ist Metallica. Okay. Katar, China und Metallica, das finde ich verwirrend zusammen. Verwirrend, ja. Aber gut. Aber Katar und China, da kommt man drauf. Da kommt man drauf. Aber ich kann es ja jetzt auch nicht unlösbar machen. Wir wollen die T-Shirts ja auch an den Mann oder an die Frau bringen. Egal, egal wie unlösbar du das machst, drei kommen immer drauf. Eben, eben. Ich frage ganz vorsichtig den Betze, Flo. Du musst nur nicken. Weißt du es? Hast du eine Ahnung oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber mir ist als erster Gedanke gekommen, da werde ich aber wahrscheinlich daneben liegen. Es könnte vielleicht irgendeiner, weil ich die Woche nochmal, sorry, dass es jetzt nochmal wehtut, das Relegationsspiel gegen Regensburg von euch geschaut habe, damals durch Zufall. Und da sagte der Reporter, ja, 5 Neuzugänge hat 60 geholt in der Winterpause und hat die Namen aufgezählt. Da ist mir jetzt irgendwie vielleicht so ein, ne, vielleicht irgendeiner von den Spielern, die da... Als ich nämlich dann Ivi Zaolich im Löwentrikot gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, aber vielleicht wäre es ja irgendeiner von den Spielern, weil es war ja auch eine, wie soll ich sagen, Mannschaft... Wilde Zeit. Das war jetzt auch eine Mannschaft, die jetzt nicht so ungefähr, weiß ich nicht, sich identifiziert hat vielleicht mit dem Verein, um es jetzt mal harmlos zu formulieren. War eine schwere Zeit. Ja, das glaube ich. Da können wir dir die Podcast-Folge mit Kai Bülow anzusehen. Okay, das werde ich mir mal anhören. Folge 4. Ich kann mir Lepa wahrscheinlich vorstellen, was er so erzählt hat. Ja, oh ja. Das war sehr launig. Können wir nur empfehlen. Das ist also Alex Allstar mit Gewinnoption dieses Mal. Ich löse den. Ich brauche T-Shirt M. Teilnehmer dieses Podcasts dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. Steht in den AGBs, die ich gerade aufgesetzt habe. Der Rechtsweg ist aufgeschlossen. Rechtsweg und der Linksweg auch. So, jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist ordentlich Nachspielzeit, aber ganz ehrlich, wenn Fan-Freundschafts-Gipfel, dann richtig. Und wenn 60 und Lautern gemeinsam auf den Platz marschieren in naher Zukunft und wenn Lautern und 60 sich quasi virtuell das Mikrofon teilen, ja, dann muss man halt mal ein bisschen die Overtime gehen. Hilft ja nichts. Flo, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dein Gastspiel beim Giesinger Bergfest. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß am virtuellen Münchner Fußballstammtisch. Also, klasse, dass du dann jetzt dir die Zeit genommen hast, Licht ins Lautern, Dunkel gebracht hast, das vielleicht hier in der weiß-blauen Löwen-Welt noch geherrscht hat und ich sage einfach dickes Merci. Bitte, bitte, habe ich gerne gemacht. Nochmal danke für die Einladung. Ich sage natürlich auch danke an Anja und Alex, wie immer, unserem Bergfest-Inventar. Kein Problem. Der Dissert hat euch. Oh, das ist schön. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt, auf allen möglichen Podcast-Catchern. Schaut vorbei bei Facebook, Twitter, Instagram, lasst gern ein Like da. Ansonsten auch gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Die freut uns natürlich noch deutlich mehr. Alex, habe ich irgendwas vergessen? Am Gewinnspiel teilnehmen. giesinger-bergfest at gmx.de Ich freue mich auf die Antworten. Richtig. Und ansonsten verbleiben wir mit dem Ohrwurm Wilde Löwen und Rote Teufel wahre Freundschaft geht nie vorbei. Die Hymne, die muss jetzt wieder rausgeholt werden. Einfach mal googeln und reinhören. Und wir verbleiben persönlich mit den besten Grüßen vom Löwen-Stammtisch und dem wichtigen Hinweis oder auch dem Versprechen. Wir bleiben löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Bis zum nächsten Mal.